Jetzt meine Damen und Herren, Vincent Griechmeier, seine Rankings, seine Platzierungen in den bisherigen Abfahrten haben sie hier kurz gesehen. Er und Kilde, sonst hat keiner gewonnen bisher. Hintermann führt und Griechmeier ist unterwegs. Eindeutig unser heißestes Eis heute da im Feuer. Sauber kommt er da her. Sehr schön. So zieht's durch. Ja, schau, 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 schau. Das hat gut gepasst. Die Welle, sehr gut. Doppelweltmeister Vincent Griechmeier jetzt im Steilhang. Und jetzt zumachen, zumachen sie. Ui, der schaut gut aus. Ich glaube, ich glaube, da können wir uns gefeiert. Der 30, 31, da haben wir einen 30, ja wohl. Das ist jetzt einmal ein Sock. So gehört's. Sehr gut. Super, Vinzi. Das hat noch keiner so gut erwischt wie er. Wie auf Schienen und das auf der Ideallinie. Oh, jetzt wird er kurz überlegen. Ja, da gibt's nichts auszusetzen. Fühlt sich gut an. Ist das heute der Tag? Hölfe. Dreizehntel verloren aber jetzt. Ja. Geht noch. Solange grün ist, sind wir zufrieden. Solange grün ist. Aber überraschend viel gekriegt, muss man sagen. 3, 100, 11. Kitte und Volz kommen ja auch noch. Er muss dranbleiben, das ist eh klar. In Wengen schon. Hauchdünner am Podest vorbei. Und die Drohne verfolgt ihn wieder. Da ist er schön eng dran und früh in der Hocke. Zwei Zehntel, er baut wieder aus, ein Vorsprung. Immer dort, wo Kurven sind. Genau. Weil er technisch eben so stark ist. Eine Augenweide ist es ja, ihn anzuschauen. Schau. Bis jetzt eine perfekte Form. Super. Super. Jetzt Achtung, Hausbergkante. Wo springt er hin? Sehr schön. Das ist super. Da braucht er nichts korrigieren. Das ist richtig gut. Jetzt bleibt er auf Zucken im Tempo mit. Jetzt muss noch die Traverse gelingen. Und das schaut super aus. Jo, jo, jo. Fast super. Fast super. Doch, doch, doch. Das sind sieben Zettel. Und jetzt mit viel Tempo hinunter. Das könnte es sein. Ist Vincent Grichmeier hier in Führung? Und dann kommen noch zwei Heiße. Gehen wir, gehen wir. Ja, der 5, 5, 5, 6. Jawohl. 6 und 50, 16. Beste Zeit für Vincent Grichmeier. Rauf die Faust. Aber der weiß natürlich, die zwei, die jetzt noch kommen, das wird's noch heikel. Superfahrt. Die CSV-Präsidentin ist da. Roswitha Stahlober und Vincent Grichmeier in Führung. 31 Hundertstel von Nils Hintermann. Dritter Paris.